Willkommen Reisende. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Nun viel Spaß. So, dürfen sie bloß nicht runterfallen. So, wo war denn das jetzt? Da. In meinen sieht man es. So, jetzt müssen wir oben noch, nein, warte mal, wenn ich zumachen. Und dann können wir innen einrichten, also Landeplätze und alles. Und dann ein bisschen Deko, dann sind wir auch schon fast fertig. Am längsten hat jetzt irgendwie das Tor zu bauen gedauert. So. Und werden wir, ja, wir machen jetzt das hier. Dann gucken wir beim Eingang oben, wie weit wir gehen können. Was für ein Scheiß habe ich gerade gemacht? Oh nein. Die Reihe ist ein... Oh, super. Die hätte ein Hör gemusst. Habe ich ja ganz toll hingekriegt. Ach, nee. Da passt man einmal nicht auf. Immerhin sieht man es an den Fußböden. Ob sie ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich fertig war. Super. Na ja. Das war wohl uns doch höher bewegt. Damit war das dann auch wirklich sehen. So, da fabrizieren. Ja, gut. Einmal ein bisschen falsch gebaut kurz, so als er... Nicht weiter schlimm. Lässt sich ja schnell korrigieren. So, dann gleich auch wieder rum. Die Etage wird ja ein Stück kürzer, also geht das. So, dann setzt man da jetzt einen drauf. So. Dahin. Ja, wieder so rum. So. Nimmt zwar insgesamt ein bisschen Zeit in Ansprache, soviel noch nicht. Schafft man alles noch gut. So. Da hin, da hin, da hin, den entfernen und da hin. Zieren. Da sind nicht mehr viele Reihen. Oh. Wenn man es dann richtig baut. Sind bis jetzt sehr gut vorangekommen. So. Können wir da jetzt auch im... Oh, nee, können wir nicht. Das heißt, wir müssen uns erstmal umstellen. Ja, cool, der hält das Ding für ein Dach. Oder wenn er meint. Wir müssen jetzt noch ein Stück hoch, ohne irgendwo aus dem Würfel zu fallen. Gehen wir mal am besten in die Richtung hier, weil das... Sehr gut. So. Und jetzt auch direkt wieder weiter bauen. So. Wir müssen nach oben. Nach oben. Oh Gott. Ist jetzt aber nicht gerade viel weiter oben. Oh, ich weiß nicht, ob wir aus dem... Ja. Nö. Aus dem Winkel können wir nicht bauen. So ein Mist. Das ist aber die höchste Etage. Oh, ich glaube nicht, dass wir da hoch fliegen können. Das heißt, wir müssen uns wieder so Stützwürfel bauen. Ist ja nichts anderes übrig. Gott, wenn man jetzt auch noch was sehen würde. Also wir stehen da. Wir brauchen uns am besten hier vor so einen Stützwürfel. Erfolge, wir müssen ja eh hier rein, also... Das wäre dann gar nicht so schlimm. Wir können da ja drauf springen. Das ist nur die Frage. Stehen wir noch drunter? So. So. Jetzt kommen wir vielleicht dran. Mal sehen. Kommen wir höher. So. So. Der kommt wieder weg. Oh. So. Hier oben wird es ganz schön schwierig, dass er die nicht irgendwo anders hinsetzt. So. Das ist der mittlere. Also können wir noch eine Reihe nach oben. So. 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 Ich befürchte, den Rest müssen wir von unten, also von drinnen machen. Nee. Sonst hat das Dach hier ein Loch. Wäre mal gar nicht gut. gut. Okay. Ist egal. Nichts mehr. Äh. So. Äh. So. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also der muss auch hier hin. So. 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 das war der muss dahin oder da muss hier noch einer wo ich sehe gar nichts kann nur vermuten dass das falsch ist ja das ja so dass sie es also der muss da weg so so ich glaube auf der anderen seite fehlt einer so cool wir haben es hingekriegt so wo waren jetzt die mitte von dem ding ach du da der da äh ich glaube so also das ist die Mitte so 4 1 2 3 4 wie kriege ich jetzt die Landepest da ein integriert uiuiui ja ja Objekt zu nah ist mir klar also da muss noch ein Würfel jetzt kann ich die nicht bauen so die kommen ja hinterher wieder weg das sei egal so ah ja krass die kommen ja viel verhindern an der Farbe ich will mal gucken wo stehe ich denn da stehe ich so ach ja wieder kein Würfel ich finde das witzig das Ding schief zu machen das ist ja jetzt nicht wahr ja cool dass ich von jetzt so überhaupt nicht sehe ob das gerade ist so so vielleicht mal gucken wann ist das überhaupt 3 ich glaube das hier muss stück rüber man jetzt das Ding falsch rum ist mir doch scheiße nee warte mal warum landet denn da das blöde Flugzeug ach nee ah also dann startet es in die Richtung glaube ich wir müssen mal ein Flugzeug rufen oh herrgott hoffentlich vielleicht passt das ich muss unbedingt wissen landebereich nicht frei ach scheiße das will ja von oben naja dann ist ja egal wie wir es hinstellen das ist ja gut so dann werden wir das halt alle 3 andersrum drehen also das muss erst mal so 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 ich jetzt gehen wir das noch mal mit dem Landepad wie weit also der Fuß so 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 So. Ja, ne, war ja klar. Ich muss mir hier erstmal würfeln, sonst seh ich das nicht. Nein. So. Also. So. So, 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 so. Bisschen Teile sparen. Ja. So, das reicht. Also, dann kommen wir jetzt hier. Ja, also das, wo ich stehe, das kommt auch weg. So, hier kriege ich einen schwarzen Fußbrunnen. Ja, nur so. Dödlige, helle Farben. So, gucken, ob das halbwegs gerade ist jetzt. Hä? Hä? Was zum Hang-Gat-In vor? Hä? Ja, dann nehmen wir... Ach ja, jetzt auf einmal, oder was? Ah, okay. Dann nehmen wir einfach da kleine. Das ist ja kein Problem. So, so, so. 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 Nein, hä? Was war denn das jetzt? Aber manchmal liegt ja die hin, wo lustig ist. So. So. Okay. Das Ding ist nicht so groß geworden, wie ich erhofft hatte. Echt jetzt. Wird jetzt aber auch witzig. So. Oh. Gut, da muss eine kleine hin. So, vorne auch. Ja, hier kommt eine große hin, logischerweise. So. Die kommt weg. Der kommt weg. Der und der und der. Der und der. Der Würfel. So. Dem stehen wir noch drauf. Der Würfel weg. Der und bei dem müssen wir mal sehen. Und zwar brauchen wir jetzt, gute Frage. Die Bodenplatten. Die da. Ach so. Können wir auch einfach so machen. So machen. So. da geht, hier geht nicht oder wie dann müssen wir da auch kleine Platten nehmen das wäre kein Problem so gucken, dass wir gleich weit gehen so also die Platten da müssen weg die und die und da ist es die und die so das weiterlegen so jetzt brauchen wir kleine so mit den Landepads etwas doof, aber naja und das lässt sich jetzt nicht lösen so, jetzt müssen wir einmal aus dem Weg gehen so und zwar können wir dann die hier so und die Würfel entfernen so dann sparen wir nämlich wieder Bauteile wie wir was anderes holen können so bauen dann hier einen Kurzstrecken-Teleporter irgendwie hin ah gute Idee Shop Daniel große Idee Bonne Treppe ja ja lässt er mich natürlich wieder nicht da platzieren wo ich das will ah so das tief genug das ist doch nicht tief genug für den Teleporter oder oder so nicht wirklich nein 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 lass mich doch den kann nicht geändert werden das klappt ja auch neu selber dann müssen wir halt das entfernen das auch und hier gibt es auch noch so eine völlig bekloppte Treppe die keinen Sinn ergibt ich falle aber nicht so weit in den Raum warte noch es ist ein so und dann so so Teleporter so irgendwo anschließen oder hat der Strom ich glaube der hat Strom so dann Bände die Leute fallen hier in der Natur irgendwo runter aber das kann ich schon wieder nur als Fußboden hat der Holz da Band X Innenwand so so aber jetzt wird es aber eine Kunst hier Sachen zu platzieren ich habe keine Ahnung kann gut sein dass das passt wir müssen gleich mal von oben gucken so das ist ja was ist jetzt ja rum da so also irgendwas mit Tür was gibt es denn hier so zur Auswahl da gibt es auch einen Innen nehmen wir auch dieselbe Farbe so kommt davon nochmal eins da hin so ein Geländer ein Geländer ein Geländer ein Geländer das zählt jetzt nicht wirklich als Geländer will ich an das jetzt hinsetzen so vielleicht dann brauchen wir jetzt was kurzes aber wir haben auch nichts kurzes mit Fenster das hatten wir letztens schon das sind die einzig kurzen Teile die wir haben das ist ein bisschen ärgerlich unten haben wir normale Fenster und dann mal so ein anderes oben drüber gesetzt so und hier das ist zu lang was ist denn das für ein Ding na hier da soll es denn das geht ja schon wieder gar nicht hier wie nicht zum Duplizieren oh jetzt fängt das wieder an ich glaube wir sind so langsam am Teile Limit ich habe irgendwie ein paar Lämpchen nein was Lampe Lampe E Dickenlampe das ist auch alles darum gar nicht nein nein ich kann die Lampe nicht anvisieren doch doch ich jetzt so wie sieht denn wo zum hängst du denn hin hängst du die Lampe denn hin oh nein oh da da ich kann sie anvisieren so Teleporter hier drin ist hell ich habe aber irgendwie die Bezweiflung dass wir nicht bis zum Teleporter kommen also also zum Basiscomputer der nämlich genau da ja alter äh Gott lass dich halt anvisieren was was zum wird er weg er kann aber nicht die ganze Zeit unter uns stehen hä oh Gott sind wir echt zu weit weg dass wir nicht mal mehr anvisieren können oh Gott die fallen doch hier alle runter aber das ist prinzipiell ja nicht mein Problem so wir müssen jetzt die Leuchtböden anschließen ne was so alle miteinander verbinden so so was zum ich hatte ein kabel vergessen auf der seite hier auch einmal ich sehe unseren basis computer der baukamera kann ich nicht anvisieren so leuchten die alle ja das ist doch schön so das leuchtet alles ich glaube es würde fast gut aussehen wenn wir das flugfeld auch in rot einfassen oder so wie hier so ein bisschen ja oder können wir es einmal testen so jetzt krieg ich die platte natürlich da die krieg ich doch nie wieder weg da oh doch geil so da kommen wieder welche hin jetzt auf der anderen seite das weg das das so da muss noch eins hin da auch da muss noch eins hin da muss noch eins hin da ist und da muss noch da muss sich das nicht einfassen weil der da steht so die wieder mit kabeln verbinden diesmal ist ja nicht so viel wahrscheinlich müssen wir mehrere teleporter bauen einmal von hier bis ganz unten vom gebäude und dann von da bis zum portal unten so also wir haben hier ein der reicht aber nicht sehr weit das blöde ist wenn wir jetzt hier reinspringen wir kommen ja hier nicht wieder hoch oder na doch geht so beide sind das weg 38 das geht ja noch so ich werde mich partout nicht anvisieren lassen da unten ach ey lass dich doch anvisieren wie weit ist unser schiff weg 89 wie weit ist die bodenplatte ah könnte ich ja doch glauben hm kommen wir von hier nein kommen wir nicht also müssen wir das ist der warte mal das ist doch eine außen oder ach ja das ist außen so dann gucken wir jetzt mal ja krass geht doch nicht ja da muss hier einer hin ähm so hier kommt hä da wirf ich wieder hin und zwar weil weil warum denn ach das geht schon wieder nicht ach das geht schon wieder nicht jetzt kann ich den hinteren nicht löschen das kann ja nicht sein hä 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 okay so dann ist nur alt hier den teleporter einstellen so und zwar von dem hier nach oben war doch nicht so nach oben zu dem anderen teleporter sie sind verbunden dann müssen wir jetzt die tür noch kurz drinnen lassen kommen wir hier wieder hoch ja und außen entfernen die tür ist und den teleporter verbinden wir mit unten wo wir nicht hinkommen so in die richtung da oh gott kommen wir bis nach oben oh alter wir sind bis nach oben gekommen dann springen wir jetzt einfach mal runter zack was ist das blöde tor so dann kommt hier eine kleine hütte hin ja zwar meinetwegen die hier ich stehe mal wieder im weg so stelle ich da den leuten noch ein portal rein und den teleporter tür ein da höher treppe so der kommt erst mal da ins eck so kommt hin immer auf jetzt voll ganz witzig so der kriegt hier draußen extra raum ich hoffe mal wir kommen auf der seite raus also so meine tür der teleporter und fertig so teleporter da rein ach scheiße so nee was ja hier boah shit so durch nicht geklickt so ich werde das auch eingeblendet wenn man da langläuft ja bloß nicht warum auch dieses annäherungs ding hier ah cool geht ja doch und das portal werden die leute ja wohl sehen einmal speichern oh god als hätte ich es geahnt oh warum ist jetzt hier eigentlich die ganze zeit ist hier nicht einmal nacht oh god hm ist irgendwie ein bisschen groß ach wo ist denn ah da ist die tür ich weiß gar nicht wie weit wir weg können ah nicht so weit god man sieht es überhaupt nicht hm wir konnten sie hochladen je so hm äh hm wir verbinden jetzt noch den teleporter und das war es dann erst mal falls wir irgendwie ansatzweise reinkommen ich weiß nicht mal auf welche so oh shit also wir müssen kurz das Würfelspiel noch einmal spielen nur wenn ich da nicht wieder hochkomme so ein Mist also irgendwo hatte das ding ja eine tür also frage ist halt nur wo das war aber knapp oh oh jetpack alle nein oh 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 so recht vielleicht die entfernung hier etwas kabel verlegen können da zeigt dass man gut jetzt müssen wir nur noch nach oben und herausfinden da bringt das game da doch der ist mit dem verbunden nein wir können nur den anvisieren warum nicht den anderen das hört sich sein ernst warum ja super bestimmt weil da keine tür ist so jetzt testen aus von oben er zeigt mir den nur den an und der ist mit dem ganz oben verbunden ach man nur so noch ein klappt von hier wir haben noch zwei teleporter hingestellt das ist doch nicht wahr jetzt da steht der andere tele oh ist nicht wahr der ist mit dem verbunden das ist ja ich habe echt viele teile verbaut das hat ganz schön bauen nicht möglich zu nahm leckt mich ganz im ernst jetzt alter dann verschraubt das scheiß dinge sind es an oder was weiß ich alter schwede jetzt war ich da wieder hochkletter nur wegen sind wachsinn landung nicht möglich ja kompakter irgendwo mein gott jetzt nehme ich das scheiß kabel direkt mit das war ja auch schnauze voll hier da so kurz warten ist nicht wahr vielleicht schaffen wir auch direkt den zweiten hat geklappt wir müssen aber noch einen höher oder jetzt zeigt verbunden ich habe mal gespürt oh gott wir fast aufs portal geknallt so so machen wir hier noch schnell so ein so da da muss unbedingt eine lampe in so eine kleine pizze lampe da hinten bauen wir ein andern mal ich bedanke mich vielmals fürs zusehen ihr spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt gerne abonnieren und liken ansonsten bis zum nächsten mal